dann fangen wir doch mal an ja studio link hands-on ich hatte jetzt nicht so viel zeit was vorzubereiten also ich kann generell noch mal studio link erklären so ein paar den workflow erklären wie es funktioniert ich kann noch ein bisschen was aus der alpha und ja dann fange ich doch einfach mal generell davon an vielleicht mal so hand hoch wer hat noch gar keine studio link erfahrung von euch okay genau dann fange ich doch einfach mal von vorne an dann können wir das einfach mal ein bisschen erklären also es haben sich auch noch andere gemeldet so dass muss ich mal gerade gucken wer hat jetzt kein internet wir haben wir mal das wlan so finden so jawohl jetzt haben wir auch das genau, also das ist die Webseite ich hoffe man kann sie ein bisschen erkennen das ist jetzt wahrscheinlich vom Kontrast im Stream wird es dann wahrscheinlich ein bisschen besser sein ah ja gut, ja im Prinzip Studio Link Audio Verbindung über das Internet es gibt verschiedene Apps oder Clients wie man quasi Gäste zu sich holen kann aktuell ist es noch so dass Ultraschall und das Plugin so gesehen für den Gastgeber oder die Gastgeberin das Mittel der Wahl ist um aufzuzeichnen da kann ich gleich mal ein bisschen im Detail drauf eingehen und für den Gast oder für die Gästin ist eigentlich dann nicht das Plugin sondern die Standalone Version das ist eigentlich nur ein Download Link, den kann man sich einfach runterladen dann kommt man auf die Download Seite und dann gibt es für jedes Betriebssystem für jede Variante so einen Download Link und da geht dann quasi einmal das Fenster auf jetzt mal hier Windows runterladen und wenn das Netzwerk mitspielt damit ich was sehen kann da ist es auch schon das ist also das was dann der Gast oder die Gästin sieht ach das ist jetzt hier aufgegangen dann ist hier der Download, da ist eine Exe Datei jetzt unter Windows drin zum Beispiel wie klickt man doppelt an und dann muss man unter Windows noch mal ein bisschen was anklicken damit es auch wirklich ausgeführt wird und dann sollte sich die App auch schon öffnen das ist dann das Webinterface was dann euer Gast oder eure Gästin sieht ja das ist jetzt schon eine neuere Version sehe ich gerade das ist jetzt aber nicht schlimm im Prinzip wird dann jedem oder jeder halt eine ID vergeben das ist die persönliche Telefonnummer so gesehen damit kann man sich gegenseitig anrufen also wenn ihr jetzt das Plugin gleich benutzt dann ist das exakt das gleiche auf der anderen Seite so dass ihr einfach die Nummern austauschen könnt wie im Telefonbuch wie bei normalem Telefon auch und dann könnt ihr euch schon erreichen die ID bleibt immer gleich pro Gerät ja nein das bleibt für den Aufnahmerechner bleibt es gleich das heißt also es wird einmal erzeugt diese ID wenn man das zum ersten Mal aufruft und dann bleibt die identisch sofern man den Konfigurationsordner nicht löscht oder neu installiert den Rechner oder sowas später ist es noch gedacht dass man sich eigene IDs registrieren kann mit seinem persönlichen Namen oder sowas aber das dauert noch gerade jetzt im Moment aber das ist erstmal diese automatisch generierte ID ist dann immer die Telefonnummer so dass man einen schnellen Einstieg hat ohne sich registrieren zu müssen genau dann funktioniert das einfach wie beim normalen Telefonieren auch man nimmt diese Nummer kopiert die quasi jetzt natürlich nicht die eigene sondern die vom Partner oder von der Gesprächspartnerin und dann ruft man sich an was es auch gibt es gibt Testaccounts einige auf der Webseite in der Dokumentation sind die auch verlengt Echo ist zum Beispiel dann wenn man dort anruft dann wird quasi das Audiosignal einmal wieder zurückgeschickt das könnte jetzt natürlich zu Audiostörungen führen aber achso über HDMI wahrscheinlich gerade das ist ein schöner Test wenn man jetzt irgendwie gerade niemanden zum Testen hat ob alles lokal funktioniert ob das Audiointerface richtig ausgewählt ist das ist manchmal ein bisschen tricky noch aktuell da muss man quasi am besten immer den Audiosystemeinstellungen mal gucken wo habe ich die Webseite muss ich hier einmal ähm ne finde ich das von hier ja klar gerne genau ich wollte es gerade mal kurz zeigen richtig genau das heißt also hier ist jetzt zum Beispiel für macOS so eine auf der Seite da ist halt immer wichtig dass die 48 kHz eingestellt werden als Abtastrate äh und halt das richtige Standardgerät ausgewählt wird ähm das gleiche unter Windows ähm da ist das dann unten ich glaube unter Windows 10 hat sich jetzt in dem letzten Servicepack irgendwas geändert da müsste ich mal ein neues Video aufnehmen ist jetzt aber auch nicht viel anders geworden also ähm das findet man in der Regel wenn man sich schon mal so ein bisschen äh damit auseinandergesetzt hat ähm aber das wird jetzt in Zukunft hoffentlich jetzt mit dem nächsten Release dann auch ein bisschen einfacher dass es direkt in der Software geht ja genau das meinte ich gerade dass das dann Studio Link auch so angezeigt wird genau ähm was ich auch noch einbauen werde also diese 48 kHz sind meistens so der Knackpunkt aktuell weil nicht alle USB Audio Interfaces das immer unterstützen oder man findet die Optionen nicht oder man muss irgendwie mit der Originalsoftware erst nochmal wieder zurücksetzen das hatte ich letztens auch also das ist nicht immer ganz einfach diese Sample Rate zu verändern ich werde das dann auch jetzt so demnächst einbauen dass das quasi wenn es nicht möglich ist das trotzdem funktioniert und äh das nennt sich dann Resambling das heißt also äh das Studio Link auch mit dieser anderen Abtastraten klarkommt äh das ist zwar nicht so schön weil das dann auch wieder Probleme mit sich bringen kann aber die sind geringer als wenn gar keine Aufnahme zustande kommt also insofern ist das das kleinere Übel in dem Moment ähm ähm genau das sind eigentlich so die wichtigen Punkte aktuell zum aktuellen Stand wo es da Probleme geben könnte wenn das eingestellt ist und jetzt man geschlossene Kopfhörer hat sollte eigentlich nicht mehr viel schief gehen dann ähm ja also du brauchst auf jeden Fall einen Kopfhörer der zumindest also in-ears gehen auch und solche Geschichten ähm es kann einfach nur also wenn du merkst du kriegst dein eigenes Audiosignal nochmal zurück als Echo und hörst dich selber dann liegt es meistens daran dass halt irgendwie vom Mikrofon und den der Ausgabe quasi das zurückgespielt wird von deinem Gast oder Gästin oder umgedreht natürlich genau das gleiche Spiel also da so ist ein Headset schon ganz gut das zu haben dann ähm man kann natürlich auch einfach sich Kopfhörer aufsetzen und ein normales Mikrofon benutzen das geht natürlich auch man muss halt nur dann aufpassen dass man ähm also generell ist es besser wenn man alles in einem Audiointerface hat man kann auch über verschiedene Audiointerfaces aber da kann es dann auch wieder Probleme geben ähm also wenn man jetzt den Kopfhörer was weiß ich direkt gesteckt hat und man hat ein USB äh Mikrofon theoretisch funktioniert das auch aber es kann manchmal zu Problemen führen also eher ein bisschen fehlereinfällig manchmal ähm ja das sind eigentlich so ein paar technische Eckdaten da versuche ich jetzt einiges noch wegzuarbeiten an an Fallstricken dass das ein bisschen einfacher wird aber das ist so der aktuelle Stand ähm genau dann kann ich das also das wäre jetzt eigentlich eher so mehr die Gastseite ähm auf der anderen Seite wenn ihr das jetzt äh als Gastgeber oder Gastgeberin benutzt dann wäre das hier unter Ultraschall äh Udo hat ja gerade schon ein bisschen was über Ultraschall erzählt ich kann jetzt nicht äh komplett ausholen mit Ultraschall also ich werde in der nächsten Standalone Version auch eine lokale Recording ähm Variante dass man auch externe Geräte aufnehmen kann das heißt so die Standalone Version wäre dann auch als Gastgeber und Gastgeberin nutzbar damit es einfach ein bisschen einfacher ist und man schnellen Einstieg hat ohne jetzt sich mit Ultraschall auseinandersetzen zu müssen aber wenn man natürlich äh sowieso vorhat irgendwie ein Schnittprogramm sich zu suchen dann ist natürlich Ultraschall da schon so unser Standard in der Community mittlerweile geworden ähm an dem gearbeitet wird und wo viele sich beteiligen an dem Projekt ähm und aktuell ist es definitiv für Mehrspurrecording auf jeden Fall die einzige Möglichkeit äh Gäste und Gästinnen vernünftig einzubinden das läuft dann so man hat halt ähm müsste ich jetzt mal ja ich wollte gerade sagen ich muss mal gerade hier ein bisschen leer räumen äh kriege ich den da gezogen ja so genau das ist egal ähm es kann manchmal je nach Netzwerksituation vielleicht Probleme geben dann muss man einfach mal versuchen es andersrum zu zu probieren äh manchmal gibt es halt so so etwas restriktive Netzwerke wo das dann hängen bleiben kann äh aber meistens wenn es dann hängen bleibt bleibt auch das komplette Gespräch hängen das heißt also auch die Audiodaten gehen nicht rüber und dann ist es halt wirklich zu benageltes Netzwerk ähm aber man kann das einfach mal ausprobieren also wenn wenn das halt irgendwie Probleme macht dass man einfach mal versucht ja genau das kann manchmal je nach NAT und Netzwerk also Firewalls und sowas können da manchmal ein bisschen restriktive sein und Probleme machen oder die lokale Firewall ähm beziehungsweise was auch sein kann ähm ich mache immer so eine Notification Abfrage wenn zum ersten Mal das Fenster kommt dann muss man diese äh Notifications im Browser auch aktivieren wenn man das nicht tut oder ablehnt dann kann es natürlich auch sein dass der Call nicht richtig angezeigt wird oder so wobei es sollte eigentlich immer visualisiert werden ja ja die können dich auch anrufen das ist egal der einzige Punkt ist wenn du mehrere Gesprächspartner innen hast dann ist es einfach so dass bevor du das zeige ich gleich noch mal kurz dass du alle Spuren angelegt haben musst also wenn du gerade schon im Gespräch bist darfst du nicht noch weitere Spuren hinzufügen ähm das kann zu Syncing Problemen führen das ist der einzige Punkt äh wer wen anruft ist dabei völlig egal ähm das kann ich jetzt also mal zeigen da gibt es dann äh Ultraschall also das ist jetzt eigentlich so die leere Variante wenn man quasi Ultraschall zum ersten Mal öffnet ähm dann gibt es hier zum Beispiel das einfachste ist wenn man jetzt wirklich nur 1 zu 1 Gespräch Ferngespräche führt dass man jetzt einfach sich ein Projekt schnappt unter den Templates ähm das müsste dann auch Studio Link einfach heißen ähm das ist dann da kommt dann auch wieder das Webinterface auf da ist jetzt zum Beispiel eine andere ID als eben und äh das ist dann quasi die eigene Seite äh das war unter äh warte muss ich hier mal Repa wiederfinden da ähm das ist entweder es gibt das Podcastmenü da ist einiges drin da kann man sich so ein bisschen vom Workflow äh entlanghangeln äh äh von oben nach unten und da gibt es auch ähm ähm äh ich sehe das jetzt gerade gar nicht da Projekt ja Projekt Templates genau und da ist dann Studio Link genau was du auch machen kannst es gibt auch nochmal die Möglichkeit wenn du jetzt komplexere Sachen selber bauen willst dass du hier unten nur die Studio Link Spuren also die externen Spuren hinzufügst das kann ich jetzt hier auch mal machen das heißt wir haben jetzt hier sag ich jetzt erstmal hier einmal das wäre deine lokale Spur und das hier wäre die Studio Link Spur ähm und wenn man hier dann quasi jetzt aufzeichnen würde dann hätte man quasi äh komplett getrennte Aufnahmen für die eigene und für die Remote Spur ähm und man kann dann hier jetzt noch beliebig weitere Spuren hinzufügen das ist das gerade was ich angesprochen habe also das sollte man vorbereiten wenn man sich nicht sicher ist wie viel man jetzt bekommt weil ne da Unstimmigkeiten waren wer jetzt alles Zeit hat dann am besten einfach mehr Spuren anlegen das schadet nicht äh nur nachträglich wenn man schon irgendwie mit all dem Gespräch ist noch jemanden dazuzunehmen und keine Spur vorbereitet zu haben und dann noch hier drauf klickt das kann zu Syncing Probleme führen weil dann ähm müssten erst alle einmal auflegen und sich wieder gegenseitig anrufen ähm ähm genau das läuft dann alles über die ähm gleiche Spur ähm da der Tipp wenn ihr da Probleme habt äh das Webpenster wiederzufinden einfach als Lesezeichen hinterlegen die URL ist auch immer die gleiche die hier äh aufgerufen wird ähm dann äh findet man das auch äh wenn man sich das gerade nicht gemerkt hat oder ist auch ein bisschen schwierig zu merken aber dann dann findet man es wieder und auch da während der Sendung jetzt nicht irgendwie alle wieder alles zu beenden ähm ja ähm genau das Routing es gibt ein Video es gibt auch ein bisschen Dokumentation im Ultraschallprojekt ähm das Routing ist eigentlich soweit vorbereitet wenn man diese Templates benutzt nur wenn man äh jetzt mehrere Gesprächspartnerinnen hinzufügen will dann muss man da noch ein bisschen nachtragen ähm aber das ist auch alles in der Dokumentation soweit eigentlich verlinkt und wenn es da Fragen oder Probleme gibt im Sendegate bin ich eigentlich auch immer ganz gut erreichbar per E-Mail oder Twitter oder äh Mastodon werde ich jetzt vielleicht auch nochmal einen Account machen scheint ja sich dieses Wochenende schon sehr äh zu verbreiten habe ich gerade schon gesehen also es ist so eine alternative äh dezentrale ja ähm Social Media Alternative ja ähm ja ähm das wäre jetzt im Groben so mal ein Überblick wie die Zusammenhänge sind ähm ja ist bis hierhin Fragen nein okay gut und dann ist es eigentlich nur noch also hier werden dann auch im Web Interface das müsste da wahrscheinlich wieder sein also es wird dann quasi hier das Audio auch visualisiert ich kann jetzt einfach mal gucken ob ich den Test Account anrufen kann ähm da geht jetzt kein Audio durch anscheinend äh ja ich hab keinen ähm der hat noch das ist der Podcast Tischrechner der vermisst sein Audio Interface gerade äh das äh ich hab jetzt auch keins angeschlossen müsste ich dann umstellen ähm dann würde man quasi auch sehen dass da ein Audio Ausschlag ist und das wäre auch da gibt's noch die Feinheit dass aktuell in der Standalone Version der Audio Ausschlag erst angezeigt wird wenn wirklich ein Gespräch aktiv ist auch das wird in der nächsten Version anders laufen dass auch das identisch ist so Reaper äh so dass man also sobald man irgendwie einen Audio Interface ausgewählt hat auch ein Regel da ist ähm aktuell müsste man sich halt mit dem Echo Account einfach behelfen den anzurufen und dann hat man den Ausschlag auch schon ja das ist dann gibt's hier noch die Möglichkeit äh Zip Accounts anzulegen äh beliebig dus.net äh Zip Gate oder ähnliches um zum Beispiel ein normales Telefon einzubinden ähm da gibt's ja verschiedene Provider die sowas anbieten oder von von der eigenen Telekom wobei das manchmal noch Probleme macht weil die spezielle Einstellungen haben äh man kann auch einfach ähm dann am besten aus der Fritzbox sich einfach so ein ähm Gerät anlegen die haben so eine Funktion das haben auch andere Routerhersteller drin dass man quasi dann einfach das als äh Zip Telefon anlegen kann Studio Link und dann kann man auch ganz normal über Telefonleitung gehen äh falls man jemanden jetzt nicht anders erreichen kann oder so als Backup äh äh kommt das jetzt von mir oder achso ne das ist bei dir okay ähm ähm ja das wäre dann hier einfach da trägt man dann hier bei Add Account einfach die Daten ein also Benutzername äh Domain und Passwort äh Domain wäre dann bei der Fritzbox die IP also Standard ist ja meistens 192 178 oder fritz.box irgendwas in der Art ähm aber das ähm ist dann natürlich ein bisschen individuell äh ja die Qualität ist natürlich über Telefon dann nicht so gut da kann man sicherlich an den Codex wenn die sich noch ein bisschen weiter verbreiten wird das auch mit HD Telefonie immer ein bisschen besserer aber äh ja es ist natürlich eher so die zweite Option wenn man da mehr Qualität haben will dann wäre es schon ganz gut wenn man direkt sich verbinden kann ähm ja das wäre eigentlich jetzt mal so ein grober Überblick ja ähm keine Fragen gut also ja 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 da kann ich jetzt gerne noch weiter drauf eingehen also ähm okay wenn ihr da noch ein bisschen mehr Bedarf habt dann können wir natürlich über die Routing Matrix gehen ich hoffe ich kriege das jetzt natürlich ich wollte jetzt erstmal so einen groben Überblick machen so das ist die Routing Matrix ähm sollen wir mal grad gucken hier ja wir müssen mal grad ein Audio Interface auswählen damit das Sinn macht was da steht ähm also das ist auch wieder im Podcast Menü zu finden das ist quasi fast der immer der erste Punkt glaube ich der zweite da ist er ähm ah ja ist hier aufgegangen so das ist quasi immer der erste Schritt dass man einmal das ist jetzt unter Windows da gibt es dann auch verschiedene Audiosysteme unter MacOS hat man dann nur eins ähm oder ne ich glaube doch nur eins ja genau also ähm ASIO ist so wenn man ein spezielles Interface hat unter Windows eigentlich so der Treiber den man dann wegen der besten Latenz und äh in der Regel auch Mehrspuraufnahme benutzen will je nach Audio Interface das hängt immer ein bisschen davon ab ähm Wasapi ist eigentlich auch ganz gut äh Direct Sound das kann man auch benutzen ist eigentlich aber auch eher schwierig manchmal also ich würde eher zu Wasapi oder ASIO tendieren die anderen kann man benutzen oder mal testen ob die funktionieren besser oder schlechter das ist nach Audio Interface manchmal ein bisschen unterschiedlich so ich würde jetzt hier zum Beispiel auf Wasapi gehen und dann kann man hier einfach Default Input zum Beispiel Default Output nehmen ähm und der Rest ist eigentlich der passt so weit also 48 Kilohertz ist in der Regel auch überall schon als Default eingestellt wenn man das unter den Standardeinstellungen auch schon irgendwie eingerichtet hat ähm so und dann müsste jetzt hier unten auch in der Routing Matrix das hat er jetzt nicht genommen das sagt er hier oben Device Closed äh nehmen wir doch nochmal äh direkt ja nehmen wir den Projektor auch das geht nicht äh also hier oben kann man auch draufklicken und da sieht man auch so den Status vom Audio Interface zumindest unter Windows ich weiß gar nicht ob das unter MacOS auch ist wir können jetzt auch nochmal den exklusiven Modus benutzen das bedeutet dass nur Reaper quasi das Audio Interface benutzen darf und alle anderen Programme ausgeschmissen werden müsste ich jetzt tatsächlich noch ein Audio Interface gerade holen ja ich kann den genau ich kann den nochmal schließen Reaper manchmal hilft das auch äh 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 finde ich meinen Mausziger nicht so äh machen wir Top Start Cut hier ja so ok ja jetzt hat das so ok dann mache ich es jetzt wieder groß so jetzt fangen wir wieder mit dem Template an also ähm das ist das was ich sehen wollte also wir haben jetzt hier vom Audio Interface schon mal das liest sich quasi so dass wir hier die Ausgänge haben oben der Master Ausgang der ist quasi dann später zum Streamen oder zum Rausrendern interessant ähm das ist quasi auch so ein virtueller Gesamtausgang der dann äh in der Regel auf den Lautsprecher wieder zurück geht das führt manchmal zu Echo Ralf hat generell für diese Routing-Geschichten ein ganz gutes Video erstellt wo er einmal komplett durchgeht ähm das ist relativ viel aber ich denke wenn man das einmal durcharbeitet dann ähm hat man zumindest eine Grundvorstellung von dem was da passiert ähm aber im Prinzip ist es genau das also der Master Output würde bedeuten ich schicke alles raus am besten lege ich mal hier eine Spur an das geht entweder mit Doppelklick hier oben rein oder auch hier oben über das Podcast Menü äh dann einfach wir können jetzt wieder ein Template nehmen ich nehme jetzt einfach mal Studio Link Template dann geht auch wieder das auf jetzt ist hier auch schon ein Pegel zu sehen da kommt jetzt irgendwie was an ähm das übersteuert also das will man normalerweise nicht sehen weil dann hat man eine volle Übersteuerung ähm das wäre schlecht ähm das können wir hier naja ist jetzt auch nicht weiter tragisch ähm ja also das sieht dann schon jetzt etwas aufwendiger aus hier ist jetzt quasi auch für jede Spur nochmal eine Zeile aufgetaucht ähm die Eingänge sehen etwas anders aus da hat man so einen roten Punkt dann den kann man auch verstellen das heißt man kann für jede Spur dann sagen okay nimm jetzt was weiß ich den linken oder rechten Kanal vom Stereo Audio Interface oder wenn man jetzt einen Mehrkanal Audio Interface hat dann sind da irgendwie acht Kanäle wie bei unserem Podcast Tisch Setup und ähm kann quasi dann auch für jeden eine Spur anlegen und das sauber trennen alles das macht es natürlich immer so ein bisschen kompliziert die Matrix zu lesen aber es ist quasi alles ähm feinjustierbar dadurch äh ähm genau das sind die Master Kanäle im aktuellen Zustand äh ist halt hier im Template eigentlich schon mal für diese Situation alles richtig eingestellt ähm das heißt in der Regel geht alles auf den Master Out wenn man so ein sehr latentes Echo die ganze Zeit drauf hat dann ist meistens dieser Haken drin den hat man eigentlich nur zum Schneiden drin ähm und gar nicht während der Aufnahme ansonsten hört man sich die ganze Zeit mit einem sehr starken Echo selber weil quasi das Audiosignal einmal ins Audio Interface in den Rechner und wieder zurückgespielt wird ähm dadurch dass man quasi selber mit seiner Spur auf den Master geht und dann wieder zurück also ähm so kann man sich diesen Workflow jetzt so ungefähr vorstellen äh das kann man dann entweder mit der rechten Maustaste und dann Delete sagen oder man hält die Alt-Taste fest gar nicht oder wo drauf eingegangen ist dann kann man quasi diese Punkte setzen oder entfernen äh die Balken kann ich auch mal kurz drauf eingehen die sind in der Regel was das Volume ist das kann man erstmal eigentlich ignorieren ähm es sei denn man will da irgendwie noch was Spezial einstellen dann könnte man hier so ein bisschen mehr Volume vor oder runter gehen ähm da müssen wir dann gleich auch sehen dass naja gut das ist Panning wenn man hier jetzt da sieht man dass die Balken sich dann verändern dafür sind die da äh da sollte man aber in der Regel nichts dran verstellen es sei denn man weiß was man da jetzt gerade tut ähm dann äh macht das Sinn aber in der Regel lässt man das einfach so das heißt ihr müsst euch das einfach als Knöpfe vorstellen im ersten Step ähm äh die halt ein oder aus sind ähm genau dann schalte ich den einfach aus ähm genau Studio Link das ist die Remote Spur die wollt ihr hören natürlich ähm und ihr wollt von eurer eigenen Spur das wäre jetzt Sprecherin wollt ihr natürlich eurem Gesprächspartner ein Signal senden das heißt also wenn man das jetzt so rumliest ist also Studio Link auf den Ausgang in die Richtung er markiert auch die Spalte ich hoffe man sieht das so ein bisschen wird quasi auf den Ausgang gesetzt und Sprecherin wird quasi nach Studio Link geschickt und das muss man wenn man jetzt weitere Spuren hat einfach ähm immer wieder wiederholen das heißt ich gehe jetzt hier also ich kann hier auch rechte Maustaste machen das ist ein bisschen schneller und dann kann man auch hier Insert Template Studio Link Track und weitere hinzufügen dann wird hier eine weitere Spur aufgemacht ich kann in die Routing Matrix gehen so und hier ist jetzt das Problem da sieht man schon da ist es dann nicht mehr richtig das ich weiß nicht ob wir da noch mal ran können das so automatisieren aber ist ein bisschen kniffliger jetzt passt das nicht mehr wenn man sieht die erste Spur ist jetzt ein bisschen anders wir haben jetzt hier zum Beispiel keinen Ausgang wir würden unseren Gesprächspartner Gesprächspartnerin nicht mehr hören das heißt hier müssten wir jetzt einmal sehen dass wir wieder einen Ausgang kriegen und wir müssten selber damit man uns hört auch unser Signal zu der zweiten Gesprächsspur hinzufügen der externen das war es dann auch schon dieses Zwischenrouting hier dass man quasi die Spuren untereinander routet das müsst ihr nicht machen das läuft komplett im Studio Link selbst weil da weiß ich welche Spuren angelegt sind also wie die Gesprächspartner untereinander die hören sich schon automatisch nur wenn ihr dann Probleme habt jemanden zu hören oder ihr nicht gehört werdet dann liegt das in der Regel daran dass hier ein Klick gefehlt hat in der Routing Matrix Ja und das setzt sich jetzt eigentlich für mehrere Spuren komplett fort also wenn man jetzt hier weitere Spuren weiter hinzufügt das ist eigentlich immer genau das gleiche Schema immer wieder den Ausgang der Spur 3 dann von Studio Link auf den eigenen Kopfhörer und die eigene Stimme so gesehen vom Mikrofoneingang zu Studio Link in die Spur schicken werden dann auch im Webinterface da kann man das kontrollieren dann für jede Spur hier auch einzeln die Pegel angezeigt den natürlich auch jetzt alle übersteuern ja dadurch seht ihr auch ob da ein Signal zu Studio Link ankommt und das ist ein ganz guter ein gutes Indiz dafür ob das in der Routing Matrix passt wenn man wenn man sendet ja genau das wäre jetzt so die Magie dahinter was die Routing Matrix ist war das jetzt soweit für passt das oder hast du da noch Fragen ok ja muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen ich habe das selber manchmal wenn ich da längere Zeit nichts mit gemacht habe dann muss ich auch kurz mal kurz drüber nachdenken wie es genau war ja hier bei den achso vielleicht das könnte ich nochmal sagen wenn man die Studio Link Spuren hat da bitte keine Eingänge setzen von dem eigenen Audio Interface also wirklich nur diese roten Punkte setzen bei den lokalen Spuren die man von seinem eigenen Audio Interface aufnimmt es liegt einfach daran dass das einfach zu Problemen führt wenn hier was gesetzt ist da das quasi über die Matrix hier oben läuft über die virtuellen Geschichten die also das ist quasi virtuell im System ist und keine Hardware Eingänge sind das habe ich auch schon öfters mal gesehen im Support dass hier mal dann wenn nichts angekommen ist hier geklickt wurde das bitte nicht machen das funktioniert manchmal aber ist ein bisschen unschön weil dann gegebenenfalls nicht richtig aufgezeichnet wird und keines Problem das wäre ganz gut ihr könnt das auch glaube ich hier oben wenn man das ein bisschen hochscrollt auch die Eingänge setzen bei den lokalen Spuren genau hier da steht dann bei den Studio Link Spuren immer No Input das ist auch nochmal ganz gut zu überwachen wenn man das jetzt hier nicht sieht oder nochmal kontrollieren will Input 1 da kann man dann hier auch umschalten zu den entsprechenden lokalen Spuren von seinem eigenen Audio Interface aber wie gesagt das wirklich nur bei den lokalen Spuren und nicht bei den Remote Spuren Genau dann könnte ich jetzt noch was zeigen Streaming gibt es seit einem Jahr in Studio Link drin das ist quasi dieser Button auch relativ einfach da klickt ihr einfach drauf dann wenn das erste Mal ein Stream ist dann wird quasi eine neue ID ich glaube hier habe ich schon was mit Podstock Streaming genau weil das der Rechner ist dann fragt er euch nach einem Streaming Status ihr habt eine Streaming URL könnt hier unter Edit Stream alle Metadaten angeben und ihr könnt dann quasi direkt über den Link hier oben der auch angezeigt wird im Browser das weitergeben und dann ist das eure Streaming URL wo ein Player angezeigt wird wie hier oben und man kann euch dann live im Internet hören ohne weitere Registrierung oder ähnliches ihr könnt dann auch über die Routing Matrix da ich sie jetzt ja eh schon erklärt habe dann hier über den Master kontrollieren was in den Stream geht also wenn jetzt irgendwie sagt okay wir sind jetzt in der Pre-Show oder ähnliches und wir wollen irgendwie noch nicht gehört werden aber man soll schon den Stream irgendwie öffnen können oder soll jetzt erst mal nichts kommen oder man legt sich eine Soundspot Spur an und routet die dann nur mit dem Master auf auf den Stream dann kann man da so ein bisschen Pausenmusik schon mal anspielen das ist auch möglich und das lässt sich dann hier über den Master regeln und da kann man auch die einzelnen Spuren wieder dazunehmen sobald man wenn man sich das einmal am besten richtet man sich das einmal ein dazu kann man dann auch diese Routing Snapshots hier gibt das sind so vorgefertigte Snapshots in dem wenn man da zum ersten Mal draufklickt das ist jetzt hier aufgegriffen ich schiebe das mal rüber dann hat man die Möglichkeit quasi hier verschiedene Slots beliebig zu befüllen das heißt wenn man hier auf Save geht dann wird quasi der aktuelle Stand der Routing Matrix wie sie gerade ist abgespeichert so könnte ich bitte jetzt nichts auf dem Stream in der Pre-Show oder ähnliches man kann ich glaube umbenennen kann man die nicht aber man hat zumindest die Möglichkeit hier sich Snapshots anzulegen für verschiedene Zustände das sind dann die Buttons hier auf der linken Seite entsprechend und kann da relativ schnell zugreifen für den Schnitt zum Beispiel würde man quasi dann alles wieder reinnehmen später und hier oben quasi aufs eigene Interface alles vom Master zurückgeben damit man während des Schneidens halt auch abhören kann was auf den einzelnen Spuren ist weil in der Regel wenn man hier zum Beispiel den Button reinnimmt oder dort während der Aufnahme wie gesagt dann hat man meistens ein Echo auf dem Kopfhörer was man eigentlich nicht haben möchte das Interface hat kein eigenes Monitoring aber dann ist das Echo eigentlich doch sehr hoch meistens und das will man eigentlich vermeiden dass das Audio Interface wenn dann das Monitoring macht ja genau und das könnte man sich jetzt einfach hier als Editing Snapshot abspeichern und wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann sieht man dass ich könnte hier dann jetzt in der dann auch auf Recoil drücken das würde dann bedeuten er setzt den Punkt den ich gespeichert habe wieder zurück und hier könnte man das über diese Funktion auch machen wenn jetzt wegen der Displaygröße nicht alle Banns angezeigt ja das wäre eigentlich erstmal soweit zu dem zu der Routing Matrix und jetzt Streaming gibt es da jetzt noch Fragen und nicht gut fällt mir noch eine Besonderheit ein die man erklären könnte ach so ja wenn ihr fertig seid dann ist immer das einfachste und das wichtigste eigentlich also ihr drückt jetzt dann irgendwann auf Aufnahme alles ist eingestellt nehmt auf dann seid ihr fertig dann geht ihr am besten immer auf das Podcast Menü auch und dann gibt es hier den Punkt da ist auch extra ein Sternchen davor prepare all tracks for editing den wählt ihr aus dann seht ihr schon auch in der Routing Matrix passiert hier was das wird sogar angezeigt was alles so ungefähr passiert das bereitet quasi das komplette Projekt dann auf den Schnitt vor dass man also in der Lage ist sofort dann weiter zu machen das Grundproblem ist wenn man versuchen würde quasi mit den alten Routing Einstellungen und den ganzen Sachen zu schneiden und den Effekten die da noch drauf sind dann hört man entweder gar nichts oder doppelt oder es gibt ganz komische Effekte also dieser Schritt ist im Workflow sehr wichtig bevor man anfängt dann wirklich abzuhören und zu schneiden und sich wundert dass vielleicht oder Angst bekommt dass da gar nichts aufgezeichnet wurde so genau genau wenn man diese Hüllkurve also genau diese Audio Ausschläge das nennt sich Audio Hüllkurve wenn man die sieht dann kann man eigentlich schon sicher sein dass da ist was man sollte auf jeden Fall wenn man ein neues Interface hat oder sich was geändert hat größeres Update mal gucken kurz eine Testaufnahme machen abhören ist das Audio Signal auch wirklich sauber also sind da irgendwelche Aussetzer Knackser oder sowas drin das kann mal passieren das sollte man dann ab und zu mal testen weil die Hüllkurve daran würde man das zwar wenn man sehr weit rein so auch vielleicht erkennen aber Sprache ist natürlich sehr dynamisch also das sieht man nicht immer auf den ersten Blick und gerade so Knackser kann man auch alles irgendwie erkennen indem man so Spektrografen und so weiter einschaltet mittlerweile in den Versionen aber in der Regel hört man das schnell als man das sehen kann an der Hüllkurve vor allem wenn es nur sehr kleine Aussetzer sind oder marginale Dinge die dann aber trotzdem irgendwie nerven können beim Abhören beziehungsweise später beim Veröffentlichen vor allem ja im Prinzip fällt mir jetzt dazu nichts mehr ein das wäre jetzt so der aktuelle Stand ich kann natürlich jetzt noch ja ich hatte ja schon immer so ein bisschen einfließen lassen woran ich jetzt gerade arbeite es wird vielleicht auch mal so eine Web RTC Version geben ich hoffe jetzt dass sich das nächste halbe Jahr endlich weiter aktiver entwickeln kann dass die neue Version rauskommt ja und hoffe da auch nochmal so ein bisschen Alpha Test zu machen ich kann schon mal also für diejenigen die gerne mal die neue Version sehen wollen Studio Link ist ja Open Source soweit sodass wir dass ihr da auch auf GitHub das alles findet einfach hier oben auf Source ist die GitHub URL verlinkt auf der Webseite unter studio minus link de wenn ich den Maus hier finde da ist er da war er so Source genau und da gibt es dann ein Projekt das nennt sich Web App Backend und unter Releases findet man schon die neueren Versionen als Alpha wo man quasi dann auch schon mal mittesten kann ich bin selber noch nicht mit allen Tests durch also im Moment ist das wirklich Alpha als Alpha zu verstehen ich versuche das jetzt mit jeder Revision zu verfeinern aber wer möchte kann gerne schon mal reinschauen und ein bisschen testen und Feedback geben ja und ich hoffe dass das dann jetzt in den nächsten Wochen dann als finale Version dann irgendwann so stabil ist dass ich das guten Gewissens freigeben kann ja Also die Beta Version ist die aktuelle die eigentlich stabil schon läuft genau 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 richtig genau so rum ist es ja dann gibt es Release Candidates und so weiter in der Software Entwicklung und Stable ja ja die die Beta hat nie den Sprung ja die ist schon sehr gut abgehangen und also in meinem Kontext ist die für mich immer noch Beta und ich hoffe dass jetzt die neue Alpha dann jetzt irgendwann so mit den Release halt dann wirklich eine Stable wird die dann auch Feature Complete ist mit der Audio Auswahl und so weiter sicherlich nicht in der ersten Variante sondern wahrscheinlich dann mit einer Punkt 1 oder so ja also die Varianten sind fast immer identisch vom Web Interface also da arbeite ich eigentlich mit der gleichen Code Basis da ist nicht viel Unterschied also insofern ist das von der GUI immer fast zu 90% identisch also dementsprechend ist das dann auch gleich mit drin bei der Standalone wird das eigentlich dir komplett abgenommen das heißt also da brauchst du dich nicht drum kümmern das heißt allerdings auch dass du nicht viel anpassen wirst können in der ersten Version zumindest wenn ich natürlich das Feedback bekomme ich hätte gerne oder öfters das Feedback bekomme es wäre ganz gut noch irgendwas zu justieren aber dann wird es natürlich auch schnell komplex so wie bei Ultraschall und dann würde ich auch sagen wenn du spezieller fein justieren muss wo was hingeroutet werden muss an Audiosignal dann ist so eine DAW wie Reaper einfach die bessere Wahl und das ist dann auch ganz gut aufgehoben also ich habe jetzt eigentlich nicht vor da eine ausgeklügelte Routing Matrix noch mit rein zu packen vom Interface sondern das soll dann wirklich ich mache einfach mehrere Spuren auf und alles wird aufgezeichnet in einzelnen Spuren und das war es dann und man muss sich um nichts kümmern ja nur mit dem Unterschied dass es halt kein Web RTC ist und nicht im Browser aufgenommen wird sondern wirklich lokal in einem Programm läuft das halt sich darum kümmert genau also Zencast ist halt darauf angewiesen was der Browser an Audio gibt und an die Limitierung gebunden dass man nur 10% Restkapazität seines Browserspeichers und sowas nutzen kann also die gibt es da nicht weil Studio Link ja eine native Applikation auf dem Gerät ist nicht unbedingt du kannst natürlich eine DAW oder Audio Editor neben deiner Wahl genau genau schneiden kannst du nicht mit Studio Link das ist jetzt auch nicht auf meiner Roadmap irgendwie dass ich das einbauen wollen würde da genau aber dann hast du die Flagdateien und die kannst du beliebig bearbeiten ja dann wäre ich jetzt 17 Uhr ja dann bin ich auch durch und die Zeit auch ja gerne